Wow, 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 mach keinen Scheiß jetzt. HÖR AUF DAMIT! Egal wer das macht, lass es! Ja, ich kann es nicht sein, ich bin nur im Ziel. Alter, zieh, 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 Karre! Oh, 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 oh. So, jetzt easy, ja? Easy, Aris. HÖR AUF DAMIT! Ani, wir fern! Ehrlich, du kleine Muschi, lassen sie das. Entschuldigung. Alter. Ich sage, für den Koka. Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einer weiteren gepflichten Runde Let's Play GTA V. Online heute ein Let's Test, zusammen mit Likoka und Arnie Miffen. Hallo Leute. Ja, genau. Hallöchen. Oh, fucking yeah. Xx47 halt. Lassen wir uns mal überraschen. Jawohl. Map-Einsendung, sie glänzt. Äh, links, rechts, okay, fang einfach rechts. Da ist ein Pfeil, also, leu. Wow, oh, 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 oh. Entschuldigung, die Speed sind, wow, die Speed sind böse. Waffen freigegeben. Hä? Wollen wir uns darauf einigen, uns erstmal nicht zu sehen? Ich glaube, dass noch so alles passiert. Äh, ich würde nämlich auch erstmal ganz gern Lucky Lucky machen. Gelb, schwarze Wollreit. Ist das ein Wurst? Könnte sein. Oh, lol. Okay, das war safe, falsch. Auf jeden Fall kein Troll, also wir müssen da lang. Wo lang? Wow. Der Wollreit ist... Hä? Hä? Wow. Warte mal. Der Pfeil zeigt zwar nach da. Ja, du kommst da nicht hin. Das ist also ein kleines Troll gewesen. Wow. Nein, du kommst da nicht hin. Du musst hier wirklich lang fahren. Nee, die Spiral führt jetzt nicht zu die Kuckalou. Ja, aber... Äh, warte mal. Grün. Hä? Wow. Respawn mal. Hä? Ich schreib's nicht. Okay, wenn man da oben den Wollreit fertig pinken, dann könnte man da reinspringen. Das heißt, du musst da hingehen. Hä, lol. Du musst da hinten irgendwo drauf landen. Ich kann test dich vor. Geradeaus. Wie geradeaus? Einfach geradeaus weiter, oder was? Geradeaus springen. Also vom Respawn geradeaus springen. Okay. Dann kommst du auf... Na! Ja, wow, was denn? Dann kommst du auf Straßensprünge drauf. Oh, lol. LOL! Der ist irgendwie Booster da. Wow. Ich dachte, das wäre ein Troll-Element. Oh, okay. Alter, wie misstrauisch man mittlerweile wird. Jetzt ernsthaft. Ja, echt mal. Es gibt so viel Misstrauen gegen Map-Abbauer mittlerweile. Okay, cool. Leute, wie geht's euch? Habt ihr auch mit? Misstrauen gegen Map-Abbauer? Oh, oh, das ist ein flacher Wollreit. Oh. Ach, deswegen wie ein Schattenhaus. Sonst wäre ich jetzt bei Likoka ganz dicht dran. Okay, fahren wir mal die Brücke da. Ich hoffe mal... Oh, da kann man den Koppi machen, oder? Da kann man den Koppi machen. Oh, Mann. Das hat sich so eingebürgert mittlerweile bei uns. Ich habe so viel Angst vor dem Koppi gehabt, dass ich kurz gesprungen bin. Oh! Weißt du, Likoka ist da schön in den Punkt drin? Ich bin gerade echt... Ich bin gerade echt... LOL! Oh, schöner Wollreit-Sprung. Easy. Ich weiß noch nicht. Muss ich bei dem Wollreit-Sprung da bleiben, ja, ne? Probier's aus. Wow. Wow. Die Frau ist... Ja, mir hat es auch keiner gesagt. Ich bin auch... Ich wollte sagen, sie hat es auch rausgefunden. Man. Wow. Hauptsache immer dieses Rummisch-Spoiler. Wow, was ist heute los mit dir? Nichts Rum-Spoil... Oh, wow. Äh, ich hab... Ich hab... Ja, aber... Wow. Okay, alles klar. Wow. So, jetzt fahren wir in den Wollreit hier. Den gelb-schwarzen. Das ist heute so eine Session, ne? Es gibt sie diese Tage. So. Ah, okay. Ey, ich krieg's nicht hin, oder was ist hier heute los? Plus zwei. Geil. Ich hab einen Ausflug gebaut hier. Aber bis jetzt hat alles schön verbaut, finde ich. So. Äh, wieso? Ne, einfach einen Sprung. Wow. Haares. Hä? So, jetzt mal. Finally, oder? Okay, da gehst du hochgesprungen. Hab ihn. Schöne kleine Hafenrumfahrt hier. Lol. Äh. Okay. Äh. Bin ich jetzt. Verkünftig so. Hm. Das wollen wir mal. Achso, da oben lang. Starlank. Oh, jetzt ist Starlank. Aha. So, jetzt wollen wir mal schon, wo wir landen. Wenn wir hier hochfahren mit voller Speed. Oh, Auto ausrechnen. Uh. Oh, Kamerasicht. Ärger mich jetzt nicht. Oh, oh. Nein. Nein. Wow. Ne. Wow. Wow. Alter, wie viel Battler kann man haben, bitte? Die Map ist geil. Ja, die Map ist geil. Hab mich leider nur überrascht, wo ich hinspringen muss. Hast du nicht ganz genau. Trist du den Sprung? Wow. Also, die Kamera sich in oben auf dem Wallet aufkommt. Ich weiß nicht, ob du das auch jetzt seit... Bin ich total... Ja. Ich hab auch Second Try. Ey, die Kamera sich nicht fest. Ey, sind wir nach oben. Was? Zweimal Internet den Copy machen? Ist das jetzt der Scheißverfekt? Na ernst, ey? Wow. Er macht immer den Copy. Wow. Ja, total toll. Ich mag ihn, ja. Aber ins Bett gehen mit ihm würde ich nicht... Das ist dein Part. Nein, nein. Dafür hab ich hier Herr Fritzi. Alter. Nicht mein Ernst. So, wieder ein Copy? Boah! Ey, den hab ich für das 2 gemacht. Den einfachen Sprung da. Nummer 3. Wäre nicht, sagen ich auch. Aber ich auch. So, jetzt fangen wir das blaue Element an. Das ist nicht mein Scheißernst, Alter. Also, jetzt sind wir im Punkt Element 3 von 4 quasi. Das letzte ist, glaube ich, das grüne, das man hinten gesehen hat. Wow! Bastardrate. Bastardrate? Oh! Oh, finally, Alter. Uh. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Da sieht man den Speed also. Wow. 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 So. Oh. Oh. Oh, ich kann da jetzt hinspringen. Hä? Oh, ich seh hier so ein, zwei nice Elemente, die er verbaut hat. Ja, da war ein paar interessante Sprünge eingebaut. Gefällt mir sehr gut. So, man steht erst dahin und dann fährt man zurück, okay. Der Creator kann ja nichts dazu, wenn ich hier und da verkacke. Ne, vor allem, wenn man Copy macht. Das ist einfach Pech dann. Oh, die Map, so geil. Ja, der hat wirklich richtig geile Sachen gebaut. Ich schaue... Das gefällt mir bis jetzt sehr gut, die Map. Ich schaue richtig scheiße. Ehrlich. Dann willst du gleich noch ein neues spielen? Äh, nicht ein neues, sondern du weißt schon, äh, ein Sprung. Müssen wir ja. Oh nein. Das ist auch mal eine interessante Idee, hier eine Straße durchzusetzen. Oh mein Gott. Oh, da hat die Koka. Badluck Aris, er ist da. Er glänzt heute, Leute. Äh, müssen wir auf das Pinke-Wir springen, alle, die Koka? Probier's aus. Ja. Du kannst doch nicht erwarten, dass sie dir hilft, nachdem sie zu mir gesagt hat, vor nicht mal fünf Minuten, ja, immer die... Wow! Diese Spoilerei, fick dich. Scheiße. Ich krieg's... Ich krieg... Wow! Aber die Spiel ist ja nicht so schwer. Nein, eigentlich nicht, aber ich stelle mich gerade wirklich an, als würde ich zum allerersten Mal Gitar spielen. Obwohl, pardon, die... Lee Koka, wir haben einen Frischling dabei. Er spielt zum ersten Mal Gitar. Äh. Ne. Ah, okay. Oh, nice gemacht. Wieder doppelt im verbaute Element. Das gefällt mir sehr gut. Boah, ist das bitter. Boah, ist das bitter. Wenn ich, äh, im Livestream... ...dann wird das echt traurig. Nö. Danke dafür, Axel Frost. Danke dafür. LOL! Ey. Langsam, da kommen Löcher. Ach, jetzt spoilerst du. Ach so, ach so. Interessant. Wie bist du da bitte hingekommen, so schnell? Ich bin in ein Loch gefallen und bin auf den Punkt gefallen. Ist das dein? Ey, ja, moin. Ich wollte einmal gewinnen, ja. Nein. Okay, jetzt kannst du gewinnen. Karma. Ey, wow! Ich krieg das nicht hin! Das geht nicht, Alter! Das ist so... Das Witzige ist, Lee Koka, hättest du mich vor den Löchern gewarnt, wärst du nicht in den Punkt reingefallen. Fickt! Ich hab dich ja eigentlich vor den Löchern gewarnt. Ja, zu spät. Ich war ja schon drin in dem Moment. Wow. Schade, ich dachte, ich bekomme... Okay, einfach nur die Typen richtig fahren, dann springen, aber trotzdem wäre es schön gewesen. Ich komm nicht auf diese Plattform. Was ist mein scheiß Begehr? Wo ist das Problem? Das ist doch nur ein easy Long Jump, man. Wenn ich dir nur einen Punkt, dann kommt das Ziel. Wow, gg. Och, Anime-Fan, dein Ernie. Ich hab dich nur überholt. Ey, jetzt komm ich... Ey, ich geb's irgendwie aufzudenken, dass ich mal erster bleibe, ja? Find's auch immer wieder geil. Ich bin neulich im Ziel. Ich bin neulich im Ziel, der Wollreicht. Ich schäfe hier richtig durch und ein Anime-Fan, zack, ist auf einmal wieder da. Ja, cheater Report. Oh, das hätte böse enden können hier. Oh, Gott, nein! Also, deswegen haben wir einen Rundenrennen. Wir fahren wieder zum Schlag zurück. Ich fahr richtig schlecht. Oh, mein Gott! Ist das ne Map-Bewertung? Ja! Ja! Oh! Was? Gein ist er ja! So geil! Herzlichen Glückwunsch! Tschischi! Lol! 10 Punkte! Genauso geil wie die Bartimap, danke! Max, gut, du bist der beste Map-Erbauer, also Max gut gefällt dir, kann man sagen. Ist so. Ist der beste Map-Erbauer, den du kennst, so, so. Oh, jetzt hast du das herzenvolle, äh, herzenvolle, äh, herzenvolle, der Terminente. Der saß jetzt, der saß jetzt wirklich. Wow. Ich muss sagen, da sind viele geile Elemente eingebaut. So weit, die da sind keine von denen, die uns Maps schicken. Kriegst du uns selbst Maps? Nein, also. Aber ich hab einen kleinen Kritikpunkt, nix gut. Dieses Loch über dem Punkt war natürlich wahrscheinlich nicht so gewollt, aber du fährst in den Punkt rein, deswegen kriegst du neun Punkte dafür, auch für die Map. Nee, dafür kann ich keinen Punkt abziehen, dafür hat die Map nix gut gefallen. Ja, mir hat die auch gefallen, aber... Aber ich bin jetzt gefahren, ohne ins Loch zu fallen. Ja, ich hätt's ja gern auch richtig gefahren, aber... Da musstest du nen Longjump machen, dann. Und da wollte ich mich eigentlich trollen, weil ich sagen wollte, da musst du langsam runter, weil dann hättest du den Speed verloren. Ja, und dann fall ich einfach auf den Punkt drauf. Kackel, kackel, kackel. So, da fliegt unser Endschirn, ich schau's mir an. Soll ich dich spoilern, oder willst du es so herausfinden? Ich mach das jetzt so, mir egal. Wow. Wow. Bist du jetzt ernsthaft pissig, weil ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt habe? Ja. Wow. Okay, alles da. Ah, hier hätt ich was gleich wieder... Ah, okay. Auf die Pinke. Mhm, auf die Pinke, dann die Sprünge, dann, äh, statt dann geradeaus, äh, statt Dings. Ja, ja, okay, alles, ja. Du brauchst Speed, Fullspeed, warum bremst du ab? Ich bremse dich ab, ich geh nur vom Gas, ich hasse es da, Fullspeed langzufahren muss ich, aber... Kaka! Oh, fickt doch, meine Eier, ey. Also, das ist heute nicht dein Tag, kann man sagen, bis jetzt. Ne. Wenn mir nicht gleich ein paar Eier wachsen, hab ich auf der Spong-Map auf jeden Fall gar keinen Spaß. Ei, 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 ei. Aber ich muss sagen, obwohl ich mich wirklich blöd anstelle, die Ideen sind saugeil, also... Das ist eine übelst geile Map. Ja, das ist richtig geil, was. Ich schaue schon mal, äh, eine Map-Bewertung nebenbei raus. Wir wollten es ja auch ein bisschen interessanter halten. Ah, da vorne ist der nächste Punkt. Ah, ist sie. Saugeile Elemente, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich würde neun Punkte geben. Ja, genau wie ich. Neun Punkte bin ich echt da kaum mit. 10 von 10 kann ich beim besten Willen nicht geben. Ne, ich lasse noch. Und da fällst du den Punkt rein, das hab ich auch vorhin gemacht. Auch Punkt eingesammelt? Ist Lee Cooker die einzigste, die den Legit genommen hat. Kann man so sehen, Lee Cooker, kann man so sehen. Okay. Vielleicht hat er das auch... Weiß ich nicht, warum baut man den direkt über den... Ja, das war auch... Vielleicht hat er nicht dran gedacht, dass da drüber genau das Loch ist. Das hätte ich auch... Hättest du da drauf geachtet, wenn du da ein Troll-Loch reinmachst? Ja, ja. Ob das hinter der Punkt... Wow. Safe Call hätte ich daran gedacht. Da würde ich nochmal zurückfahren. Ja, ich sehe schon, das würde sonst nicht reichen. Ach so was siehst du, aber so ein Loch in der Tube siehst du nicht. Ne. Alles klar. So, easy. Dann nehmen wir auch nochmal... Ach, den Schwung, der müsste langen. Äh. Easy. Zack. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Nicht überdrehen. So. Passt. Oh, 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 oh. Nein! Auf jeden Fall kann man sagen, Max gut hat so eine geile Map gebaut. So, Max bringt richtig Spaß, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Also, da habe ich echt nichts zu meckern. Ich lehne mich halt nur gerade echt die Zenkacke an. Das ist mein Problem. Du willst doch nur die Folge in Länge ziehen und Werbung reinzuhauen. Wow. Wow, dein Ernst gerade? Nein. Wow. Kommt er mir so. So, jetzt aber. Schön. Schön ist es auf der Herzen. Anni, der Fan, magst du mein Ziel fahren, um ihm ein bisschen Druck zu machen? Boah, soll ich wirklich? Er hat es bei mir auch gemacht mit der Aussage. Kannst du unter Druck arbeiten? Ja. Ja, nein, er nimmt Aufhör auf. Ja, ich weiß. Ey, wow. Aros, der war geil. Das hätte er es nicht mehr ins Ziel geschafft jetzt. Oh man, please, warum? Karma von vorhin. Karma. Karma ist a bitch, weißt du doch mittlerweile. Überdreht. Tschüss, Aros. Ey, das ist nicht wahr. Wie fahr ich denn, please, man. Er ist heute auf jeden Fall nicht gut drauf, Freunde. Sind sie eine Trottel? Vielleicht. Oh. Wow, 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 wow. Mach keinen Scheiß jetzt. Hör auf damit. Egal wer das macht. Lass es. Ja, ich kann es nicht sein. Ich bin nur im Ziel. Alter, zieh, 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 Karre. Oh, wow, wow, wow. So, jetzt. Easy, ja. Easy, Aros. Hör auf damit, Anime-Fan. Ehrlich. Du kleine Muschi. Lassen sie das. Ich sage, für den Koka. Danke. Jetzt habe ich wieder gute Laune. Schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ey, boah. Wird es dann heute noch was? Ey. Boah. Aber wenn du wenigstens wieder gute Laune. Aber wenn du wenigstens auch was für den Fernweg ich den getroffen habe gerade, die Koka. Ja, du hast bestimmt auch so eine scheiß Expo-Sniper oder so. Ich habe mir Raketenmapper geschossen. Was machst du da? Wow. Die Koka, ich habe von hier aus, wo ich gerade stehe, mit einem Raketenmapper auf die Typ geschossen. Also, like Deko. Ja. Der kriegt das ja auch immer irgendwie geschissen. Der zählt irgendwo hin und dann, bam. So, nochmal den nächsten Raketenmapper rausgeholt. Ey. Ey, maaaann. Ey, es ist, weißt du, ganz ehrlich, und dann so direkt vom Punkt abgefuckt werden, oder was? Ja. Das ist so, ey. So, jetzt haben wir uns. Hey, willkommen. Da tag ich nicht mehr weit. Was ich da gemacht, bring dich vor an. Du hast es fast geschafft. Du bist so ein Mann. Das Schlimme seinen Schaden hat. Aber jetzt haben wir uns alle gegenseitig zurückgetrollt. Jetzt ist wieder gute Laune und jetzt kann es weitergehen. Schön. Kriegt er eigentlich den Punkt? Boah, ey, ihr Feinde, Leibaden. Geil, Aros hat den Punkt. Scheiß Geburt, ey. Hast du jetzt mein Ziel? Ja, ich bin im Ziel. Wow. Wow. Ich wollte noch treuern. Scheiße. Ha, ha, ha. Ha. Also auf jeden Fall einen neuen Punkt. Ach, bist du, Arsi, Alter. So, er kann das Tiger-Ritual machen, meine Freunde. Auf jeden Fall, Max, gut. Eine richtig geile Map-Hastung zusammengebracht. Die hat uns richtig Freude gebracht. Und ich sage, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like bei uns beiden da. Besucht auch das Endline. Und bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao. 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 Ciao.